Oh, das ist scheiße. Der Fahrer muss halt zuerst schnell steigen. Ah, das lag jetzt halt so alles probieren. White angle. Ah, das ist sehr scharf. Oh ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Wow, wow, scheiße. Oh scheiße, oh scheiße. Wir sind umringt vom Deppen. Ruf doch mal die Deppenpolizei. Hallo. Leute. Wow, mein Gott. Ich habe mir ein Headset gekauft. Hammer. Und ich sage so zu einem Kumpel, hey, ich kaufe mir jetzt ein Headset. Und ich nehme jetzt eins von Hammer. Das ist voll billig und geht ganz schnell kaputt. Und ich sollte recht behalten. Ich komme also daheim an, stecke das Headset in den PC, in den PC und mache ein Video an, um zu lauschen, wie es klingt. Und was höre ich? Nichts. Also auf dem linken Ohr. Weil der ist schon kaputt. Und jetzt gehe ich das Headset demnächst bei Media Markt umtauschen und beschwere mich dafür. Ja, so geht es auch. Schleller kaputt.